Two Heads in the House und herzlich willkommen zu einem neuen Video ohne Eric, der normalerweise da sitzt. Jetzt habe ich mal den Platz. Heute gibt's noch ein Eric-Tänzer vom Buch, Blue Tänzer. Und jetzt kommt das Intro, haaa! So, äh, und herzlich willkommen nochmal, haaa! Heute geht's um Blue Tänzer von Eva Fürst. Es ist ein Psycho-Thriller vom Blavalé-Verlag. Das haben wir freundlicherweise vom Blavalé-Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, als Rezensionsexemplar. Dafür von wir, ich, in stelle von Eric, uns dafür auch schon mal ein bisschen bedanken. Und, äh, das Buch kostet 9,99 Euro. In Deutschland, äh, ja, in Deutsch. Ich lese euch jetzt mal das hier vor. Vielleicht habe ich die Lust und die Zeit, das hier auch nochmal einzublenden. Oder der Eric, falls er es schneidet. Ich weiß es gerade noch nicht. Äh, ja. Die Frau hatte die Augen geöffnet und starrte ihn an. Er würde sie versuchen zu schreien, wenn er den Klebstoff auf die Oberlieder schmierte. In einem kleinen Ort im Erzgebirge wird die Leiche einer unbekannten Frau gefunden, in bizarrer Kreuzigungspose. Doch während die Polizei ermittelt, tauchen zwei weitere Leichen auf. Wieder sind es Frauen. Wieder weisen sie dieselben Todesmerkmale auf. Als die Polizei auf der Stelle tritt, ermittelt die mutige Rechtsmedizinerin Maja Heuberger auf eigener Faust und begibt sich dabei, ohne es zu wissen, in Lebensgefahr. Ein Auftakt einer fesselnden psychosekueller Reihe. Ich weiß nicht, wie lange diese Reihe gehen wird. Ähm. Reihe sagt ja meistens mehr als eine Biologie. Kann sein. Ich weiß... Ich kann ja dann schon mal zur Beurteilung sagen. Ähm. Es wäre lesenswert, die weiteren Teile zu lesen, aber... Man freut sich auch nicht so richtig so... Ja, Party, der zweite Band ist draußen. Also... So ein geteilter Sklipp. Ähm. Wie hier schon gesagt worden ist, geht es hauptsächlich um eine Maja Heuberger, eine Rechtsmedizinerin. Ähm. Diese wird beauftragt... nach... äh... nacheinander, also im größeren Zeitraum. Drei Leichen... Zwo... Ähm. Untersuchungen. Ich weiß grad nicht, was das Fachwort für die Untersuchung... Enduntersuchung. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr mich besser wollt. Ja. Und dadurch, dass die hier immer die gleichen Todesmerkmale aufweisen, und es könnte anscheinend sein, ähm, dass der Täter ein Serienmörder sein könnte. Und noch mehr, äh, töten könnte. Was... Ich sage, ob da noch mehr getötet werden oder nicht. Sie hat dann sogar die Hauptperson getötet oder nicht. Hm. Hm. Ähm. Ja. Auf jeden Fall macht sie sich dann auch auf eigenen Spuren, äh, Suche. Sie hat dann auch noch ihre Freunde. Ein Freund, der sehr interessiert an dem Fall ist. Und ein Freund, mit dem sie auch mal öfters ausgehen kann, so Party machen. Wobei sie nicht wirklich gern der Party-Typ ist. Das merkt man wahrscheinlich auch sehr schnell hoch. Die Charaktere, äh, die Protagonistin, Maya, ist eigentlich, der ist für mich eine sympathische Charakterein. Aber sie hat so ein paar Ecken und Kanten, die nicht mich ansprechen würden. Also, so würde ich, äh, so wie sie handelt, würde ich nicht handeln. Da gibt's von manchen Stellen. Aber, wo, in welchem Buch ist das nicht so? Das Buch hat längere, äh, längere, äh, längere Kapitel. Heißt, äh, ein Kapitel dauert schon manchmal so zwei Zeiten. Kann auch manchmal sehr demotivierend sein. Heute kann ich kein Deutsch, es tut mir leid. Ähm, und es wechselt immer die Sicht der Charaktere. Mal wird es aus der Sicht Maya geschrieben, mal aber auch aus der Sicht des Täters oder anderen Personen. Dadurch, dass das Buch auch aus der Sicht des Täters geschrieben wird, ist es an manchen Stellen so, da weiß man alles schon. Und, man kann nicht diese Spurensuche, die da aufkommen wird, so richtig so ernst nehmen. Weil man alles schon weiß. Die Fragen, die da gestellt werden, die weiß, da weiß man schon die Antwort. Also, der Spannungsaufbau ist nicht so da, wie er sein wird. Es ist so, so ein... Ich finde es aber auch nicht schlecht, wie der Autor das gemacht hat. Ich finde es nur eher ein bisschen informativer, wie das Autor, ja. Eine informativer Art und Weise, wie er diese Situation beschrieben hat. Wahrscheinlich wird dann auch noch sehr viel mehr passieren und vielleicht sogar Action reinkommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen in den neuen Teilen. Mal gucken, ob ich mir die kaufe oder was dann passiert, ob ich die bekomme. Ähm... Ja. Weiter zur Bewertung kann ich sagen, dass leider die Autoren... Ich fang jetzt mal einfach mit negativ, so etwas negativen an. Soll man ja eigentlich nicht, man soll ja erstmal das Positive sagen, dann das negative, aber... Ich fang mit negativen an. Ich bin... Mal's. Nee. Nee. Nebster. Jo, das war... Zweimal. Was? Anders. Ich bin halt anders. So nennt es Eric, der hinter der Kamera sitzt. Und Joghurt ist. So. Ähm... Die Autorin hat es oftmals so gebracht, dass ein paar kleine Details oftmals gleich beschrieben worden sind. Das heißt... Es war aber das gleiche Detail gesagt. Ja. Detail gesagt wird, obwohl es... Total unwichtig ist und nicht wiederholungswert ist. Ähm... Da kann ich das spoilern. Kann ich... Nee, ich meine... Kann ich das nur sagen. Ähm... Wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, ähm... Macht die Ohren zufällig die nächsten 10 Sekunden. Und zwar... Äh... Die hat reingeschrieben... Äh... Oh Gott. Jetzt... Der Eric macht mir Zeitdruck. Ähm... Die... Äh... Ich warte jetzt bis sie 10 Sekunden... So. Hallo. Ihr, die nicht zugehört haben, ihr könnt jetzt nochmal 10 Sekunden nicht zuhören. Weil der Eric mir Zeitdruck gemacht hat. So. Die Autorin hat im Buch geschrieben, dass ähm... Die Polizisten oftmals Witze machen unter sich, äh... Um... Die... Ähm... Äh... Diese schweren Schicksale zu überspielen. Und das hat sie 2-3 Mal geschrieben. Äh... Nervig gewesen. Ne... Das braucht niemand zu wissen. Beziehungsweise... Es ist unnötig 2-3 Mal reinzuschreiben. Ich meine... Äh... Zweiter Punkt jetzt. Ein positiver Punkt, ähm... Dass da auch mal ab und zu versteckter Sarkasmus war, drin war. Was uns sehr erfreut hat, weil ich ein sehr sarkastischer Mensch bin. Ähm... Hehehehe. Ähm... Dann hatte die Autorin keine Scheiß von wirklichen Beleidigungen. Worte wie Schlampe, oder so. Hat der Täter auch mal so gesagt. Aber es war eigentlich gut, dass sie das gemacht hat, weil... Uh... So konnte man sich besser in den Täter hineinversetzen. Auch wenn es etwas schwerer war, sich in die einzelne Person reinzusetzen. Weil... Ich persönlich finde das immer noch besser. Wenn aus der Ich-Perspektive geschrieben wird, aber du bist leider aus der... RCS-Perspektive geschrieben. Oder wie man es nennt. Ähm... Das Buch berichtet auch häufig über vergangene Ereignisse. Was früher in der Kindheit geschehen ist. Deswegen... Das zeichnet so ein bisschen auch das Psycho aus, finde ich. Also habe ich schon häufig gesehen. Ähm... Leider ist es so, dass im Großteil des Buches, schätzen mal so... So viel... So viel... Ähm... Der Klappentext schon abdeckt. Die Verraten uns so viel... Aber der Klappentext sagt so viel. Also ich hätte dann mehr erwartet, dass vielleicht die drei Toten da gewesen wären, aber nicht mir. Dann macht das so etwas das Resegeschenk. Aber während diesen ganzen Seiten hatte die Autorin natürlich auch Zeit, nicht nur die drei Toten zu beschreiben, das wäre ja auch etwas langweilig gewesen, sondern sie hat oft andere Sachen, also zusätzliche Perspektiven beschrieben und sowas. Das hat dann wieder schon etwas in Einklang gebracht, dass dann noch mehr Hintergrundwissen in diesen kleinen Text zukommt. Dann würde ich dazu sagen, weil man hat ja meistens die Angst davor, dass diese Thriller, so diese Krimiserien, die man auf Sat.1 oder so sehen kann, jeden Abend gleichen. Aber das ist nicht sowas. Da müsste man wirklich schon einen Film drehen, um so diese Story da reinzubringen. Und man kann fröhlicherweise sagen, das Buch ist nicht aus der Seite der Polizisten. So fröhlich ist es auch wieder nicht, weil dann hat man diese Spurensuche nicht in sich rein, also man verfolgt das nicht wirklich. Wie gesagt, die drei Toten sind vier. Man beschäftigt sich eher mit Hintergrundwissen und nicht mit der Spurensuche. Leider Spurensuche, na, ich sag's nicht. Auf jeden Fall, die Spurensuche bringt mich dann an, wo man sie direkt erwartet. Trotz allem habe ich jetzt viel geredet und auch sehr schnell. Ich hoffe trotzdem, dass ihr alles wirklich wunderschön verstanden habt, was ich zu diesem Buch sagen wollte. Ich gebe diesen Buch hier aus dem System der 10 Punkte, weil da hat der Erk sich entrust gemacht und isst ihn jetzt gerne. Ja. Na, diesem Buch nehme ich aus 10 Punkten 6,5. In der 5? 6,5. Aus 10. Aus 10. Habe ich das auch gerade die ganze Zeit. Jetzt aus 10. Aus 5 werde ich dem Buch 3,75 sterben. Aber ich nehme lieber die aus 10, weil dieses Buch ist sehr informativ gehalten. Ja, das war's noch eigentlich schon mit diesem Video. Und vergesst nicht, liken, teilen, favorisieren, abonnieren und kolorieren. Viel Spaß!